so ein bisschen knochenmehl gab es ja ansonsten kann man mal weiter nach hinten gehen da wo wir nicht so oft sind okay drei immer schlachten ja aber die droppen nichts die schweine die die schweine schweine ich habe auch scharfen von botten scharfzeug nicht unbedingt nein müssen muss die schweine sterben habt ihr glück gehabt schaffe wirklich glück gehabt ja ich glaube ich weiß was ich mache jedes mal alles zeug in die kiste packen und werde mich dann hier in diesem wald schleppen und jetzt dann räume fällen das wäre ja das klingt nicht wirklich spannend aber damit haben wir wenigstens ja 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 bei mir ist halt nur durch dass ich angefangen habe mein haus mit dem holz zu bauen was aus dem dschungelholz gemacht wird ja ja das soll das nur mein haus sehen und alles kommen von überall so kann man es auch machen ja das hat am wenigsten charakter ja das ist so eine art hunderte besser weiß sehr gut ja sehr gut na dann gehe ich meine hinteren dschungel und holz da vielleicht ein bisschen was ab aber erstmal mache ich mir was soll denn ein paar neue waffen ach du schande ich verhunger fast hast du was dabei naja nur ein bisschen ich muss mich beeilen naja nur ein bisschen ich muss mich beeilen ne ich hatte da nur noch so viele Fische aber gute einen ist ja egal ist ja egal einen ist besser als nichts das ist wohl wahr so ein Eisenschwert und dann eine Eisenachst und ich laufe und ich laufe und ich laufe 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 cool ich habe zurückgefunden ohne mich zu verirren tja langsam hast du es raus naja total und dann werde ich pro mein Kräfter oder so so oh siehste ich habe einen Eisenhelm bekommen von irgendeinem Viech na siehste ja aber ich meine einen verzauberten Bogen das ist schon na aber der Eisenhelm ist der verzauber? ne ganz normal ach so also die droppen auch da ganz normal ach so das ist ja cool also da hat es jetzt wirklich ein bisschen mehr Sinn auch mal raus zu gehen und die Viecher zu kloppen so du hast eine Krone ja siehste die Armor müssen wir auch mal wieder ausstellen irgendwann damit man unsere Skins in voller Pracht sehen kann ich brauche eine Kiste wie mache ich eine Kiste einfach eine Kiste also ja gut das stimmt schon nach dieser langen Zeit Minecraft müsstest du das mal wissen ich habe mir immer die Kisten gemacht jetzt halt auf zu mimimi und dann sagt mir das einfach mach ein Quadrat aus Holz aus Planken ach deshalb aus Planken Quadrat aus Planken ja jetzt so na holt sich doch mal den Baum hier ab der ist doch eh schon ziemlich so liebe Zuschauer das erzählt dir jetzt keinem was wir jetzt hier zusammen machen ach pssst ne das verraten wir niemanden das ist unser Geheimnis ok ja aber ja langsam dreht sie durch einmal Let's Play gemacht und sie werden es euch nicht verraten hoffentlich ich kann die ganzen kranken Bäume hier abholzen denn irgendwie fehlt vielen Bäumen hier der untere Stiel ich weiß nicht ups ok da habe ich meine Antwort ich wollte schon auf die Creeper schieben aber passt doch da gibt's ich wollte ja eh so einen riesen Baum abholzen und mir das ganze Holz davon holen ja siehste und da hat jetzt schon einer angefangen dann lohnt sichs auch ja wer das wohl war Mensch und und oh Mensch kranker Bäume aber keine Liebe keine Liebe oh Gott ja nein ich bin hier runtergefallen warum das denn ach so ich verstehe echtes Karma Es gibt Probleme mit der Quouch-Taste, wo man nirgendwo runterfällt und diesen Ranken. Ich befinde mich jetzt nämlich auf einem Block aus Dreck und da sind Ranken drumherum. Und wenn ich quouche und an die Seite von den Ranken hingehe, dann bleibt er nicht stehen am Rand. Sondern läuft einfach weiter in den Tod. Unmöglich, was er da so macht. Ja, ich glaube aber, du zählst Geschichte. Naja, du wirst schon sehen. Ja. Packt man hier was rein? Wie ist das schon wieder weg? Was? So schön Fisch gemacht. Ich hab keinen Fisch genommen. Oh, dann muss ja bloß noch einer gewesen sein. Die ganzen Katzen, die da rum sitzen. Ja, wahrscheinlich. Gut möglich, gut möglich. Wie die mich anguckt, oh mein Gott. Na, genauso als hätten sie nichts mit dem gestohlenen Fisch zu tun, was? Hör auf mich zu verarschen. Mach ich nicht. Machst du wohl. Das ist meine Aufgabe. Ja, eben. Denn, nein. Ich hab nicht gesagt, was ich jetzt fast gesagt hätte. Anscheinend nicht, nein. Nein. Das ist nur angedeutet. Ja. Ich hätte ihn sonst aufgefordert, das doch zu machen, aber das wäre ja dumm gewesen. So. Und ich stecke mich immer weiter in die Höhe und werde bald sterben, wenn ich runterfalle. Ach, wie schön. Ich gehe jetzt Waldholz abholzen. Na dann. Gut. Äh, we geht's. Äh. We geht's all hier. Ach, ich hab kein Fleisch mit. Gib mir einen Fisch. Aua. Ich hab auch keinen Fisch. Ja, dann gib mir all dein Geld. Du musst mir die Fragen 3 beantworten. Oh Gott, Ocelot ist runtergefallen, aber es macht ihm nichts. Ach, schön. So, hier gibt's Essen. Ach, du heilige. Heiliger Strohsack. Tatsächlich. So, ich glaub, ich lass abgeholzt. Jetzt kann ich weglaufen. Ocelot. Sag Tschüss. Tschüss. Tja, wenn ich das auch könnte. Dann denke ich, die Katzen hier, äh, sachgerecht behandeln. Na, ist ein bisschen klein. Ja, Platz für Katzen. Okay. Naja, du sollst eigentlich nicht so viele Katzen auf kleinster Fläche halten. Will ja nicht halten. Nicht für lange. Sondern essen. Ach so. Naja. Bisschen drastisch formuliert, aber... Kenn dich doch. Okay. Woher? Ich glaub, wir sind uns schon mal begegnet. Ja? Im Wohnzimmer. Oh mein Gott. Im Wohnzimmer? Ja. Hast du diese komische Frau, die immer da oben lang läuft? Nein, das ist das Kätzchen. Ach so. Neuerdings. Wer ist denn das Kätzchen? Dein schlimmster Albtraum. So kann man's formulieren. So. Ich bin fertig. Ich hab viel, viel Holz gehauen. Oh nein, hier hat das Kätzchen noch so einen Baum angesägt. Das könnte ja wohl nicht wahr sein. Ey. Okay. Ich mach mich nicht doof. Das mach ich nicht, aber du gehst ja einfach durch die Lande und sägst einfach Bäume an. So ein Holzfäller. Na und? Wenigstens mach ich die Bäume nicht ganz tot. Das ist ja das Problem. Die schweben in der Luft. Ja, richtig. Du lässt sie da einfach leiden zurück. Qualvoll. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht nicht. Nein. Ich geh nicht schlafen. Okay, okay, okay. Ja. Ich bin mitten in der Wildnis. Ist cool, ist cool. Dann pass auf, dass du nicht stirbst. Ich sterbe nicht. Bin voll immer.